ich hab gerade wenn du nicht laufen würdest der gegner stand schon hier was soll ich machen also da wo ich gerade hinkam waren keine gegner war das voll freundchen fangen die demnischen bauarbeiten hier schon wieder an das macht doch nicht alles kaputt pass auf es explodiert gleich da soll es doch auch warum? da ist ein schalter da kommt noch ein da kommen wir nicht hoch au wie was so so bitte schön bitte schön du kriegst gleich mal hier ne Rinder du kommen wir jetzt hier hoch ähm überlege ich gerade au hochspringen ne das funktioniert nicht wir müssen theoretisch also es hat irgendwas mit den fessern zu tun so viel steht schon mal fest hier muss man sich ja daran hängen können hoch okay hat funktioniert ich geh dann mal oh auf tot also ja ich ein versuch habe ich noch Ach so, da unten ist auch so eine Scheibe. Geister einfach hier. Warte kurz. Oh, das war falsch. Okay. Wenn du uns einen müh bewegst, bin ich wieder da. Was? Du musstest dich nur kurz bewegen. Wollte ich aber nicht. Okay. Jetzt versuchen wir den Scheiß nochmal. Ja, mach mal. Ich warte ja, bis du dann weiterkommst. Ach man. Ach. Mit den Platten war gut. Jetzt mach doch nochmal, bitte. Ich will auch gerne mal da rüber. Ja, dann warte. Dann wechsel. Ach ne, ich kann die Platten nicht machen. Ne, deswegen hatte ich ja gerade versucht, dass ich da rüber hüpfen kann. Was zu schaffen sein hier ist, dann... Nicht zu fassen hier. Was soll man denn? Ah, so. Okay. Alles klar. Ach, da unten bin ich. Hab sie gefangen. Oh. Wo müssen... Wir müssen hier durch wahrscheinlich, wa? Ja, ich... Das Licht muss in der Mitte bleiben. Nur ist das schwierig. Geh mal weg da. Versuchen wir mal mit einer Kiste. Komm mal. Ja, mach mal eine Kiste. Es ist zu schwer. Kannst du nicht hier... Du kannst nicht... Du kommst nicht hier hoch. Ja, 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 ja. Es klappt. Jawoll. Geht doch. Was machst du denn da für einen Scheiß? Sie sehen, wie einfach das geht. Du wirst davon... Ja, genau. Au. Toei, ich bin tot. Boah. Ja, toll. Hier ist alles voll dagegen. Ja, typisch. Nein, scheiße. Groß hässlich Gegner. Ja, komplett tot. Lauf weiter, lauf weiter. Ja, spring, spring. Ja, perfekt. Ah. 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 Na, was ist da unten? Nichts. Na doch, da unten ist doch was. Warte. Das liegt doch von drei Kilometern Entfernung. Da ist ein Hebel, du. Ja, ich hatte auch noch nichts. Jetzt, äh, warte. Ja. Jetzt kannst du unten rauf. Ne. Links lang. Ach, okay. Okay, dann muss ich erst mal irgendwie da freischaufeln. Da. Verdammt. Nein. Warum starte ich hier hinten? Nassel? Die will. Hm. Hm. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht los. Die wilde Fahrt auch noch nicht. Komm mal da oben kaputt. Warum kaputt? Oh. Ja. Nein. Ja, doch. Das fast brennt. Aber da sind noch, hier, komm mal, hier. Its will ich noch haben. Jetzt nochmal. Ich dachte, es geht aufwärts diesmal. Oh, 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 oh. Was für ein Schild? Ein Fass. Was wollen wir mit diesem Fass? Ah! Toll! Sag mal, was machst du denn in der Lava? Du hast dich eingeschoben. Du kriegst sogar noch einen Fass. Guck mal. Das ist ja wunderbar. Dein Deben ist, existiert auch wieder, ne? Ah. So, jetzt. Bitte das. Weißt du nicht, was das bringen soll, aber... Achso. Da kommst du trotzdem nicht das Ganze rüber. Ah! Oh, Toll. Oh, 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 bin tot. Ach, Toll. Jetzt bin ich hier als Magier drüber alleine im Gegner. Ja, wärst du einfach wieder rüber, dann wärst du... Ja, genau so. So kann man's auch machen? Ja. Kollege, Kollege, Kollege. Einfach das Fass in die Mitte stellen. Oh. Ah, das ist aber sehr freundlich. Ich komm da noch nicht hoch. Ich werd hier mal gegrillt, wie so ein... Ah, ich bin tot. Töte ihn, töte ihn. Ich komm da nicht hoch. Du sollst die Tester da unten? Ja, jetzt bin ich tot. Ja, Toll. Ja, der Typ nichts kann. Soll ich denn mit dem Magier jemanden töten? Ich komm jetzt ab. Ich komm jetzt alleine weiter. Ja, der... Ach! Das war was ganz neu jetzt. Hier oben ist, äh, ein Stück Rohr. Schön, dass da oben ein Stück Rohr ist. Das freu' ich mich für dich, dass du ein Rohr hast. Ja. Ja, siehst du, genau. Jetzt noch das andere da, rechts daneben. Das... Genau. Dann, ähm... Wie möchtest du das haben? Ich weiß nicht, links oder rechts. Ist mir eigentlich egal. Ja, irgendwie will der es hier nicht so, wie ich das will. Drehen, drehen. Ja, das will irgendwie nicht so. Ja, genau. Ist doch, ist doch alles so. Passt doch. Ja, passt doch. Das ist lustig. Ja, wenn du nicht immer oben gegenkommst, dann... Ja, der will das aber auch nicht so drehen, wie ich das will. Hä? Das soll mir jetzt, wenn ich hier einer verstehen... ...rumdrehen. Hier oben kann ich da... ...drehen. Sobald ich runtergehe, denn nicht mehr. Warum? Hallo. Das ist ein Grund. Es will nicht. Vielleicht, weil es an der Kette hängt. Jetzt ist es doch. Da war es. Jetzt ist es doch. Na, es ist nicht so einfach mit diesem Scheißrohr hier. Entweder, weil es an der Kette hängt, oder ich weiß es nicht. Sag mal. Das wäre nicht so. Soll es einfach nicht sein. Ja. Jetzt musst du mich beschützen. Was da immerhin etwas... ...die Lava ablenkt. Na! Das geht ja nicht. Doch, du kannst die Lava... Jetzt! Jetzt! Das macht aber auch keinen großen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Doch, doch. Warte, warte, warte. Das wird klappen. Das wird klappen. Ja, weil du ein bisschen mehr Zeit hast zum Durchfahren. Außerdem kannst du uns mit deinem Schild auch beschützen. Ich kann nicht machen, brauchen wir die ganze Schuhe. Aua! Perfekt. Au. Aua. Ich bin durch. So, das nächste ist... Na ja, halt mal das Ding da an, du! Ding, du! Korrekt, ach so. Ich glaube, das kann man irgendwie anhalten, oder so. Ja. Siehste, siehste? Kann ich nämlich hier... Dü, 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 dü. Ich dachte, siehste, oder? Ja. Ne, ich komme an der Lava vorbei. Du nicht. Ich weiß. Dafür wurde ich in die Lava geschubst. Das ist schön. Du? Ja, sieh zu! Ja, ey... Sieh zu, wie du klarkommst, Alena! Ich stehe hier und singe und tanzere mir einen Wolf. Das ist so wunderbar. Da, 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 da! Ah! Nein, das Ding geht weg. Wer ist das? Nein! Oh, verdammt! Grüßt du nicht! Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist sehr gut. Ja, ja, ja! Oh, schön! Voll gegrillt, Alter! Ja! Ja, Kollege, 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 hast du jetzt mit oder nicht? Was machst du? Nicht warten. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, was machst du? Steht er da rum und guckt durch die Weltgeschichte. Ja, ich hab dich grad nicht aufgepasst. Ja! Und dann rennst du einfach los anstelle zu sagen, ey, Kollege, es geht los. Ja, ja. Nur wieder warten. Ja, ja, bist du unter Zeitdruck oder was? Ja. Wir haben noch 30 Minuten. Ja, wir haben doch, wir haben doch noch. Ja. Alles gut, alles gut. So, jetzt hier. Kau mal. Kau mal. Los, da ist noch ein Springen. Wiii! Guck mal, da oben ist ne Kiste, da oben ist ne Kiste. Nein! Aha, achso. Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Ja. Ich hab da ein Urteil gefunden. Aber bis da oben hinkomm ich nicht. Hier ist noch ein Rohrteil. Also muss ich da irgendwie hoch oder was? Ah. Kann dir ja mal die Kiste runterschieben. Äh, was soll mir das bringen? Ich muss da hoch. Weiß es nicht. Ich muss mir erstmal hier irgendwie Kisten bauen, damit ich da hochkomme. Zack, zack, zack. Mann! Bin gerade ein bisschen zu hektisch. So, jetzt. Bisse, zack. Das Ding ist weg. So! Fuhlmidawele! So, dat Ding. Drehen wir. Klatschen wir jetzt hier voll dran. So, fertig. Nein, war keine gute Idee. Aus einem Lavastrahl macht zwei. Ey, das ist die Kunst. Nichts ist so schlimm wie ein Lavastrahl. Doch, zwei Lavastrahlen. So, machen wir das so. So ist er hier. Ne? So. Machen wir das. Jetzt. Klatschen wir mal dat Ding. Voll ran da. Wunderschön. Alter, ist das geil! Gut, Art, okay. Vielleicht noch weiter nach links. Na, jetzt so. So. Ist das jetzt so besser? Nein, das war nicht besser. Ja, das passt schon. Komm, egal. Nee, das Teil können wir wegmachen. Das hat keinen Sinn. Jetzt komm. Ich will aber noch nicht kommen. Ach. Nein. Mach ich nachher in Ruhe. Bäh. Gut. Was tust du da? Da unten ist eine Kiste. Ja, ist richtig. Dumm. Da dumm. Da dumm. Au. Hehehe. Ähm. Ja. Du kannst aber auch nicht jetzt noch Ey, nischt Hallo, ich hab's doch gerade gedrückt Komm jetzt, mach Schild Aua Das ist ein toller Checkpoint Schild bringt nicht viel Hab ich das Gefühl Wir müssen irgendwie, aber wir können die Lava ja nicht aufhalten Ich glaube, ich glaube, wir bräuchten Ach, warte, mach doch erstmal die Kurve und dann das lange Ding ran Dann können wir nämlich die Lava hier auf die Wippe lenken Warte Stirb an einem anderen Tag So Hallo, hallo, hallo So Und Hallo Hallo, hallo, hallo? Hallo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020